Das war das, was wir beim Kita-Fest gemacht haben. Das hat Wummin gemacht, das hat Skadi gemacht. Was? Wow. Darf ich eins essen? Keks raus. Skadi hat echt zu vieles gelöffnet. Ich habe kurz weggeguckt, da hat es in der Film und es gab es. Das war ja für alle, weißt du. Ähm, naja. Das ist eine einfache Idee. Einfach drei Kekse nehmen und dann hat man eine einfache... Ja, mit Domino-Stack. Die Kuchen raus. Ja. Kann man auf was Matis rufdrücken, wenn man will? Ja, ne, normalerweise zieht man die Kuchen noch rein. Das ist mal wie so eine Vorlage. Das ist sowieso. Zwei. Achso, als Krippe? Ja. Süß, oder? Toll.